So meine Lieben, ja heute geht jetzt mal zur Inspektion und seht ihr mal, wie ich es so hinbringe, der Fahrschutz und die innere Kupflügelverkleidung habe ich abgelassen. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht alle 100% sauer gekriegt, aber so schicke ich sie gleich auf dem Anhänger hin und so kommt sie auf mich zurück. Ja, ich hatte ja in der Vergangenheit oder die letzten paar Kilometer war ja vorne und hinten das Differenzial, da habe ich das Öl gewechselt, die Bremsen sind immer neu gekommen und sowieso nach jedem, ja sag ich mal, Offroad-Part mit Wasser, hätte ich hier das ganze Fahrwerk gehabt. Und hier ist immer halt, eigentlich möchte ich da gerne einen neuen Rhin drauf haben, gerade auch wegen den Reifen. Ich vermute mal, dass die linke Spurstange klein weg hat und der hintere rechte Dämpfer. Ja, vor der Inspektion ist nach der Inspektion, gucken wir mal. So, das Ding jetzt mal aufladen, den Verzuhren und dann geht er hin. Und herzlich willkommen. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich die Digge auf OneHänger zur Inspektion gebracht. Zu dem Zeitpunkt, das war nämlich am 4. November, hatte sie 5742 Kilometer und 168 Betriebsstunden auf dem Buckel. Also nicht ganz die 6.000 bis 200 Stunden, je nachdem erreicht. Aber es passte halt nicht anders vom Tag hin her, beziehungsweise man braucht schon ein paar Wochen mehr Vorlaufzeit und von daher fand ich das auch nicht schlecht. Dazu haben wir noch ein, zwei Geschichten dann gemacht, ein Schnäuchelbauer kurz davor und von daher passte mir das eigentlich ganz gut. Jetzt hier, in diesem Moment, hat sie 5794,8 Kilometer und sage und schreibe 176,1 Betriebsstunden. Also ich bin einmal noch im Wopferpark gewesen, das war es eigentlich mehr oder weniger. Ich werde jetzt nicht die ganzen Punkte durchgehen, einzeln. Ich bändere euch das gerne am Ende des Videos an, wie sonst auch. Dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Tipp von mir gemacht, ein Screenshot von, wenn man schlecht lesen kann. Wenn es mir hinguckt, dann könnt ihr es halt vergrößern und euch nochmal genau die Punkte angucken. Ja, diese 6.000 Inspektion ist ja ein bisschen aufwendiger, von daher ist sie auch ein bisschen kostspieliger. Klar, Motoröl haben sie getauscht, neuer Filter, Dichtung etc. ist so gemacht worden. Sie haben mir die Lenkstange vorne eben gerichtet. Das wollte nicht getauscht werden, so schlimm war das nicht. Ich dachte okay. Ich hatte sie hingebracht, wie ihr auf dem Video gesehen habt, mit den Mails. Ich bin jetzt hier nochmal mitgefahren, war nur bei tanken, nur ein paar Kilometer und das habe ich auch direkt dann gemacht, nach wo ich sie von Sprektion wieder geholt habe. Am Rande bemerkt und der Auslauf war ja tadellos, das war super. Ja, ansonsten, Hauptaugenmerk für mich war halt das Einstellen des Ventilspiels, das wurde hier auch gemacht. Läuft alles super, was soll ich sagen. Nichts dran zu meckern. Bin wirklich zufrieden. Hinten die Buchse von der Aufhängung vom Federbein, die obere, musste nicht gemacht werden. Und mit dem Antriebsriemen sah es einfach so top aus. Den brauchen wir nicht tauschen. Ansonsten hatte ich ja nochmal erwähnt, dass ich dieses Schnorchelkit hier verbaut habe. Und dann habe ich mir gesagt, das ist alles super, alles top. Keine Auffälligkeiten, es gab nichts dran zu meckern. Weder vom Schnorchelkit oder Spülsystem oder sonst irgendwas. Ja Leute, was soll ich denn erzählen. Ich kann da nichts dran machen. Zwei Sachen hatte ich noch. Die eine ist eigentlich mehr oder weniger belanglos, weil ich sag mal eigenverschulden. Zwischen der 4,5er und der jetzigen Inspektion, die gewesen ist. Das ist einmal vorne das Tagfahrlicht, wenn ich an dem Gelände gewesen bin. Irgendeine Bieder ist ja immer kaputt oder unter Wasser. Das ist dann halt so. Und hinten links, da muss ich nochmal bei, der Blinker, der hatte halt ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Kondensat halt drin. Da ist halt ein bisschen Wasser reingekommen. Ja, ich lerne ja auch dazu und fahre ja auch immer schlimmer. Naja, andere würden sagen, er hat gerechte Haltung. Ja, und ansonsten ist noch eine Geschichte gewesen. Fand ich auch nicht weiter schlimm. Das war ein Auspuff. Hinten die Updeckkappe, die wird ja mit drei Schrauben befestigt. So eine Dreichtsformation, sagen wir mal so. Und hinten die Kappe, die hing eigentlich nur noch an einer Schraube. Wenn man die Abdeckung abnimmt, dann hat man da hinten, ja, zwei Tage abgewinkeltes Blech, sag ich jetzt mal, mit zwei aufgeschweißten Muttern und da wird das Ganze festgemacht. Die Muttern hatten sich halt gelöst und ja, eine Schraube war schon weg, samt Mutter. Ja, eine hängt noch auf halb acht, eine noch oben dran. Das habe ich ja wieder in Stand gesetzt, kann ich dir mal zeigen. Ansonsten war es das. Ich habe hier bis jetzt nichts dran zu meckern. Klar, Ölwechsel muss sein. Das ist Verschleißmaterial, genauso die Bremsen. Ansonsten fährt sie mir noch super tadellos und bin super mit zufrieden. Ja, und zu guter Letzt wird es bestimmt den einen und anderen interessieren, was das Ganze gekostet hat. Wie gesagt, ich erzähle das immer alles so. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Aber es ist vielleicht für euch auch ein bisschen interessant mitzubekommen, wenn man das und das so macht oder nicht macht. Ob man das so gut bekommt oder nicht. Hier waren es 430 Euro. Ist eine Menge Geld. Aber ich weiß auch, dass das Ganze auch noch ganz anders kosten kann. Von daher, wenn ihr Fragen, Ideen oder Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare rein. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Ich versuche immer, zeitnah oder so gut wie möglich, das Ganze aktuell zu halten. Manchmal geht es halt nichts. In letzter Zeit, da war ich ein bisschen in meinem Schrauben und dann ist das schwierig. Aber ich hoffe, ihr versteht es. Und in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis da. Tschüss.